was ist da man muss doch irgendwie besser werden wenn man da auflevelt oder nicht ich habe keine energie mehr so wenn du willst kannst du dich jetzt weiter aufladen schatz ich bin wieder da ich bin ja am sauber machen da bringt dreck rein hier unglaublich wie viel dreck da hier reinkommt ich bin schon dabei kann man nicht irgendwie spielen oder sowas unbedingt diesen roboter ich bin schon am überlegen ob ich mal eben ein bisschen geld auflade oder so und den roboter hol ja also ich bin fertig mit level oder jedoch nicht eben hat er kann mich angezeigt bestanden und trotzdem noch so wie eine tasse hallo wenn wir aufhören alles aufzuschmeißen dankeschön ich weiß auch nicht warum der jedes einzelne eintippen muss keine ahnung schattet wird schon wieder auf da ist ja schon wieder alles leer es ist ja alles leer was willst du denn machen eine kartoffel du gehst zu einer tankstellung kostet eine kartoffel also ich weiß auch nicht was ich was ich dazu sagen soll ich muss unbedingt mich entsetzen was soll man dazu sagen kannst du nichts zu sagen 100 prozent mitarbeiter anrühren ok so du kannst hier welche kaufen ok warte mal konserven konserven da alles leer gekauft Und jetzt geht's. Wasser, 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 Wasser. Gottes Namen. Wird einfach nicht weniger. Ah. Bisschen Milchkomono offen. Donuts. Ja. Alles. Rufe frischen Gang. Ja, das brauchen wir aber erst, wenn wir jetzt irgendwann, keine Ahnung, hier weitere Sachen haben. So, was brauchen wir jetzt alles noch? Konserfendosen. Auf jeden Fall. Ja, habe ich wieder zehn gekauft. Wasser brauchen wir auch noch. Auch zehn, ja. Ich gehe mal wieder an der Kasse. Das geht wieder los. Brötchen. Erdbeeren. Erdbeeren. Ja. Ich kann gerade nicht kochen. Ich bin gerade beim Auffüllen. Äh. Kaugummi ist glaube ich nochmal und ich glaube das war's. Ich weiß es sonst gerade nicht. Brötchen? Brötchen habe ich erst aufgefüllt. Okay. Aber eigentlich könntest du schon mal das dann wieder da, äh, kauf reinpacken. Sodass wir jetzt, äh, wieder Geld sammeln. Und sodass wir das, äh, wenn wir auffüllen tun, dass wir da wieder... Ja. Alles. Scheiße. Wir müssen echt weiter, äh, immer das Klo putzen. Oh. Das hast du mal... Vielleicht hat er gesagt, das getan. Ich habe jetzt geputzt. Äh, ich glaube ich muss es gleich nochmal auffüllen. Äh, ich glaube ich muss es gleich nochmal auffüllen. Sehe nix. So. Ich probiere es mal soweit es geht erstmal alles noch aufzufüllen, was wir noch nicht haben. Oh. Oh. So. Oh. So. 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 Ich weiß das nicht. Jeder, der anerkommt, holt sich eine Cola. Alter. Bei mir nicht. Kann ich schon mal wieder Cola auffüllen? Nein, Cola ist nicht gut für dich. Irgendwas anderes. Ähm, was haben wir noch? Ich habe hier noch eins. Alter. Ich bin einfach weniger. Also das ist alles leer. Erdpiss Snacks haben wir noch. Alter, dieser Erdpiss Snacks, ne? Die Snacken sind so weg. Die waren mit Semmel echt. Also davon haben wir auf jeden Fall nichts mit Lager. Ich habe so ein paar Brötchen und ein bisschen Wasser. Ah, keine Energie mehr. Ich habe auch nicht mehr viel. So. So. Bist du gerade am Kacken, oder? Nein. Es wollte ich auch schön auf den Couch gekackt. Wie die ordentlich, schön warm. Dann putze ich mal. Allja, die nerven mich so ab, ne? Wir sind putzen hier. Ja, wenn wir 150 über haben, denn... Ich glaube, die Clown auch hier. Ich glaube, es ist es oben für den Sicherheitsdetektor. Ja. Musst du schon. Ja. Musst du mich ja nur einmal umdrehen. Oh. 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 Machen wir noch mal einen Kuchen-Teig hier rein. Oh. Oh. Das ist schön. Danke. Keine Energie mehr. Man muss die letzten Kunden hier nochmal eben. Gene. Ich bin ja hier. Ja, ich habe auch gleich keine Energie mehr. Äh. Dann fangen wir jetzt noch mal einen Kuss Wasser auf. Tja. Von uns. Völlig. Völlig leergekauftil. Was macht die hier drinnen? Hä? Was die hier drinnen machen? Äh. Wie am Sonntag. Sonntag haben wir von... Ach so. Ach du Kacke. Stehe an der Tür. Öffnungszeiten. Ich glaube 0 bis 24 Uhr. Okay. Wieso musst du das mal nachbestellen? Alter, die kaufen hier. Ey, ey, ey. Am besten einmal alles. Ja. Ja. Definitiv. Ich glaube bis auf Eis. Äh. Na. Brutteig oder hier diesen Keksteig oder wie sie sich auch mal schimpft. Also diese Cookies da oder was? Diese Cookies auf jeden Fall nicht. So. Na. Ansonsten alles? Aber wir brauchen Nudeln. Wir brauchen Konservendosen. Wir brauchen Erdbeeren haben wir gar nicht mehr. Schokoriegel haben wir auch nicht mehr. Eis weiß ich jetzt gerade nicht. Eis? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin gerade am putzen. Ich habe mich gerade erst wieder aufgefüllt. Brauchst du noch nicht mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Wassermilch und Soda? Äh. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ne, ich könnte es nur noch eine Packung mitbestellen, aber muss es nicht unbedingt notwendig sein. Aber Tomaten und Potatoes. Haben wir nichts mehr. Tomaten haben wir nur noch zwei und kriegen sie überhaupt nicht mehr. Kartoffeln sind voll, Tomaten sind noch nicht ganz so voll. Ah, ok. Sie breitet sich schon aus. Jetzt kaufen sie auf einmal alle Eis. Das ist euer. Macht nix. Ich habe gleich keine Energie mehr hier. Ja, ich komme gleich. Alter, da ist schon wieder. Kauft sich eine drei Dosen Cola, Alter. Kann man in der Zwischenzeit schon mal kurz saubern? Sass ich mich gleich mal kurz schnell. Muss ich noch mal ein bisschen nachfüllen? Oh, kannst dich jetzt nicht entsetzen, Chrisimus. Ich muss mich entsetzen, geh nicht. Wie müssen das denn so viele sein hier? Oh Gott, das ist ein Arm. Warum unbedingt diesen Staubsauger-Roboter oder dieses Teil? Brötchen hatten wir auch gar nicht mehr da. Nee. Achso, richtig viel weggegangen war Schoko und diese Brötchen und so, ne? Ja. Siehst du, ich pack das immer eben. Sie sind immer nur Donuts hier. Wenn das nicht mal ganz hingepackt, da ist sie schon aus der Wahl gerissen. Die wird gleich drei Tüten von dir, äh, der Dinger hier. Jetzt habe ich auch um die Sonne mit uns kommen müssen. Kumpa und das wissen wir mal komponieren. Oh, ich hatte doch noch 20 über. Jetzt habe ich nur noch einen Roblox über. ich kann gar nichts mehr machen muss mich hinsetzen es ist aber auch heftig was ist damit dass man kommt ich kann mal wieder geboten machen wie weiss konserven so kommen wir jetzt mal ein kuss und die cola ein tag ihr habt ihr schon wieder alles lehrgekauft hier ich ja alleine an den kassen nein ich bin auch von der kasse ich stehe direkt hinter dir und ich fülle gerade auf probier es schon wieder alles fast ja auch alle mal zwei drei tüten da haben wir nichts mehr da haben wir nichts davon müssen wir komplett voll machen ich hole gleich muss mich da sowieso gleich ansetzen 23 prozent und wir können uns alles aufzustocken was ich denn noch kriege